...aber wir sind nicht allein. Ich sehe jemanden. Da draußen. Einen Reisenden. Du wieder. Wir suchen offenbar dasselbe, doch aus anderen Gründen. Es gibt noch einen Monolithen, den ich untersuchen muss, dort drüben. Doch die Gefahr ist zu groß. Wir sind so stark für dich? Es fällt mir schwer, das zu glauben. Ich fürchte nicht sie. Eher, was ich ihnen antun würde, was ich entfesseln würde. Der Monolith birgt Geheimnisse. Vielleicht gibt es einen Weg zurück. Hilfst du mir, ihn zu erreichen? Du wirst belohnt werden. Ich bin dabei. Es ist. Außer Reichweite. Er hatte Angst vor dem, was er entfesseln würde. Wie lange ist er schon verändert? Wann passiert das auch mit mir? Vielleicht kann ich ihm Antworten entlocken, wenn ich... ...وجehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bestien werden sicher von sowas angezogen. Ich muss sie beseitigen. 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 Warum ist sie beseitigen. Ich habe sie beseitigen. Ich habe sie beseitigen. Ich will 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 sie beseitigen.